So, also du bist deutsch, pass, ich hab noch 3 GB frei, das heißt, ich müsste irgendwann mal wirklich die neue HDD eingebauen. Das heißt, die neue HDD von 2006. Der ist im Keller, der eine. Beide im Keller, was für Lappen. Beide schon fast geholt. Oder du spielst halt einfach alle. Was? LOL, wann hab ich ein DRay kassiert? Oh moin. Alles klar, ja. Nur die Gegner schuld. Wir müssen es jetzt so anders auslösen. Digga, du spielst irgendwie das Game gerade, glaube ich, einfach alleine besser. Ja, aber du, das Ding. Ich wusste, dass die da nochmal kommen, weil die einfach schlecht sind. Und wir halt viel besser sind, auch von unserer Spielzeit safe. Ja, der eine Typ hat knapp 2000 Stumpfen. Naja, der hat mich zurück und hast eigentlich den intelligenten, sicheren, safen Hasen gemacht. Aber... Geigt mich halt wirklich, wie man mit 2000 Spielstunden so scheiße spielen kann. Aber die drehen gleich wahrscheinlich so krass auf. Mollet oder hat er gemollet? Dead gemollet. Alles klar, dann ist er gleich tot. Warum? Weil er es gleich ist. 200 IQ, I know, aber ist halt einfach so. Was? Nein, 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 nein. Das war's komplett. Ich wollte mir den Skin holen. Und dann habe ich die AK weggeworfen. Hab keine der beiden AKs bekommen. Oh man. Oh, der eine. Ich glaube, ich habe dich irgendwie mal zwischenzeitlich angeschossen, aber das war halt seine Schuld. Gut, klar. Und ich habe sogar den Schalldämpfer abgemacht, einfach damit ich eine AK habe. Ah ja! Ich glaube, dass das Ding schon etwas anders fällt als eine AK. Ah. Aber du hast es verstanden. Ich mache jetzt überall die Schalldämpfer ab, einfach weil ich es lustiger finde. Au, krasse Typen sind beide da. Nick. Ich habe aber auch 10 Euro insgesamt, deswegen. What the fuck? Ah ja, genau. Er wusste es halt, ne? Die Wolken ist so. Können die so haben. Ich bin die Scheiße geschaucht. Ich laufe jetzt hier rechts unten lang einfach. Keine Ahnung, warum die nichts anderes vorhaben, als da unten lang zu laufen. Warte, ich habe die auch noch. Oh, leu. Rausen, ob. Achso, Leute. Paul ist unter den Klatsch. VHS. Keine Ahnung. Gut, ich kann es nicht mal callen. Mir sind auch die Effekte nicht eingefallen, to be honest. 10 HP, beide unten. Das war mit dem mit den 10 HP. Oh nein. Wir hätten Safe-Nasen machen können, aber wir sind in Risiko hingegangen. Das mag ich an uns, klar. Gut, im Austausch bekommst du von mir gar nichts. Nicht gut. Oh, als ob. Ehrenhaft. Mit der werde ich auch spielen, weil ich mir sonst nichts leisten kann. Oh, du hast das auch. Oh, leu. Wait, jetzt. Oh, der ist da unten. Der ist da unten. Der ist da unten. Als ob ich ihn nicht... Der ist unten im Keller und hockt da irgendwo. Hm. Was ist ein Vollidiot? Du bist einfach so ein guter Spieler. Einfach so Ehre, mit dir zu zocken. Der lag wahrscheinlich daran, dass ich ein fettes Stück irgendwas gemacht hätte. Ah ja. Ich hab ein paar inoffizielle Infos bekommen. Kann es sein, dass die im Hacken sind? Ja. Und der hat mir auch ein Diegel-Click gegeben und ich war am Laufen. Also das war halt wirklich nicht so ganz clean. Safe irgendwie in dem weißen Haus oder so. In dem weißen Haus, okay. Der steht links. Oh, was? Wie getarnt der da irgendwie war. Und vor allen Dingen, wie spät er jetzt reagiert hat. Passiert halt irgendwie. Okay, 90. Beide rushen. Guck mal. Einen anderen Worten, ich hab mir nach. Von unten rein, würde ich nicht sagen. Als ob... Ist du die Wand anschießen, eine Option? Ja. Ist du einfach so erschießen, eine Option? Ja, ist auch eine Option. Ja gut, ich weiß, wie wir das jetzt machen werden. Oh, das war sogar der Gute. Oh, der ist hier direkt hinter dir, Nick. Der ist im Keller, da unten. Der hat eine Schaller. Sehr schön, Nick. Sehr, sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ich wollte halt die P90 loswerden, aber in dem Moment kam der Typ da rum, anstatt dass ich erstmal da die Lage ein bisschen auschecke. Sehr schön. Nein, der ist hier. Double doors, double doors. Kannst runter droppen. Sehr schön, Nick. Paul, wie viele... Abos wollen wir auf die Folge sehen. 10.000. Wie viele Kommentare? 5.000. S-G... S-G-Nupser. Oh, nee, CS20K ist das, glaube ich, auch nicht mehr wert. Wie viele Likes, wenn Ihnen nicht gefallen hat? 3.000. Heute bleibt. Tschau. Tschau.